So, guten Morgen zusammen, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir in den Shop reingehen, erstmal muss ich Danke sagen an TheBlueCottage11. Denn du bist gestern noch Mitglied geworden, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Entweder warst du vor dem Stream Mitglied oder irgendwo mittendrin, weil irgendwie ist es untergegangen. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank auch für deinen Support. Damit sind wir jetzt halt 22 Mitglieder, also Gruß geht schon mal an jedes einzelne Mitglied raus. Ihr unterstützt mich natürlich ein wenig besonders als die anderen. Aber ihr wisst ja, jeder Support ist Support. Egal, ob ihr nur im Livestream seid, ob ihr meinen Creator Code benutzt, etc. Ich kann immer wieder nur Danke, 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 Danke sagen. So, dann natürlich nochmal Danke an alle, die gestern mitgemacht haben. Hat mich auch gefreut, dass die Gruppenkeile ganz gut funktioniert haben. Man hat ganz normal mit einem Stück gespielt. Einen Spinner gab es, war natürlich wieder klar. Aber so an sich, muss ich einfach sagen, Top Community, kaum Streitereien, alles Tiefenentspannt. Und das Ganze nur mit einem einzigen Mod und das ist meine Frau. Und die ist nie da. Ist zwar jetzt nicht böse gemeint, aber daran sieht man halt einfach, der Chat funktioniert auch komplett ohne Mods. So, dann vergesst kein Like dazulassen, denn ihr wisst ja, Support ist kein Mod. So, jetzt gehen wir mal wegschreiten. Und was haben wir? Ich sehe schon mal Aura. Aber, heute ist der Shop aber wieder ein bisschen kleiner. So. Ah ja, der Fischtank. Da muss ich wieder sagen, da habe ich ja angefangen. Season 3. Mein Fall ist es nicht. Aber ich glaube, der war gefühlt, seitdem ich YouTube mache, nicht im Shop. Also ich glaube, der war echt ewig nicht mehr im Shop drin. Oder was? Irre ich mich da. Der war doch schon lange nicht mehr da. So, dazu gibt es doch die globale Hacke. Und es sind hier nur leise. Warte. Sehr professionell. Doch, ist laut. Mein Headset ist nun zu leise. Da liegt es. Ach, alles okay. Aber, naja, die Pickaxe haben mir schon damals nicht gefallen. Dann, die sieht schon wieder besser aus. Die Kalmer Keule. Da kommen auch verschiedene Sons. Aber trotzdem für 1800 Wibachs ist es natürlich wieder eine Hausnummer. So, dann kommen wir Planeten Sonde. Ich starte gerade jetzt. So komisch aus von vorne. Das ist einfach nur eine Sonde. Also nichts Besonderes in dem Sinne. Aber, wie gesagt, Season 3. So, dann hatten wir halt den kleinen Wassermann hier. Voll lustig, ey. Ein Fisch fertig. Aber, wie gesagt, 2000 Wibachs ist natürlich eine Hausnummer. So, dann haben wir halt die fliegende Untertasse. Da muss ich sagen, ja. Wer lacht jetzt nicht oder schmunzelt? Das hier ist wirklich so ein Moment. Meine Frau muss da immer grinsen. Immer. Bei sowas ist bei der vorbei. So, was haben wir drin? Genau, der Burger ist drin. Da muss ich immer dran denken. Mein Sohn will unbedingt wieder Essensschlacht drin haben. Aber es kommt einfach nicht rein, der Modus. Aber auch hier der Skin. Obwohl, der geht eigentlich. Sonst sagst du immer, ich mag den nicht so. Aber jetzt, wenn ich ihn so sehe, sage ich... Ja. Der ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt mal ganz im Ernst. Gut, die Zunge ist natürlich ein bisschen heftig. Pommes natürlich inklusive. So, dabei haben wir natürlich den Prädlingsklatscher. Und, wie gesagt, die fliegende Untertasse gehört natürlich auch dazu. Also, der Skin an sich. Eigentlich habe ich ihn nicht mal gehasst. Aber jetzt, wenn ich so die Kombu sehe, gefällt er mir irgendwie doch. Schade über mein Haupt. Meine Meinung kann sich ja ändern. Eieieiei. So, dann haben wir, wie gesagt, Aura mit drin. Top Skin. Top Beliebt. Also, wer noch nicht hat, jetzt zuschlagen. Gefühlt hat den jeder. 800 V-Bug Skin. Sieht recht leise aus. Also, gefühlt hat den echt jeder. Es hält genauso wie gilt. Ich glaube, obwohl den eher weniger. Aber Aura hat gefühlt jeder. Ich weiß noch, damals, als ich den verlost habe. Auch jeder, ja, wir wollen Aura, 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 Aura. Ich habe auch gedacht, ey, seid ihr alle so heiß auf dem Skin. Aber, sieht natürlich auch nicht schlecht aus. So, dann haben wir noch Guild mit drin. Schön tätowiert. So sieht ein Ar... Was soll das noch da stellen? Arbeiter? Ne. Kletterer? Wollen ja erstmal, Hauptsatz, linke Beine so oben. Man kennt's. So, dann kommen... Oh, die braucht doch kein Mensch. Die Spielzeugtruber. Wieder in drei verschiedenen Farben. Ich weiß nicht, gefühlt spielt die doch echt keiner. Ich weiß nicht, warum die schon wieder drin sind. Dann natürlich männlich. Auch dieselben Farben. Da frage ich mich halt echt, wer spielt die? Probleme, ich weiß nicht. Also mir geben die irgendwie überhaupt nichts. So, dann haben wir natürlich die Tarnung auch wieder mit drin. Man kennt es. So, gehen wir mal kurz... Was ist das hier so? Ja, gehen wir mal hier die Tarnung durch. Zack, zack, zack. Muss halt jeder selber entscheiden. Wenn einem die Optik gefällt, ist es natürlich nice. Aber mir persönlich gefällt es wirklich nicht. So, dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Da denke ich mal, wunderschön, was man bekommen hat heute. Dann, der war doch erst drin. Schon wieder Chlorke-Shadow mit den geilen Flügeln. Aber der ist zur Zeit immer wieder drin. Also ich würde behaupten, der ist zur Zeit am meisten mit drin. Aber es geht immer noch auf eine 1+. Finde ich. Das geht und sieht einfach top aus. Dann natürlich mit passend... Die Flügel sind vor allem verwendbar für viele, viele andere Skins. Und das macht den Skin halt wirklich auch so interessant. Weil so an sich... Hier noch die leichten Flammen da quasi... Also die Schattenflammen aus dem Arm raus. Und der Skin ist wirklich nice. Dann haben wir die Arctis Assassinen. Für 1200 V-Bucks... Ja, hätte auch eine 800 V-Bucks-Skin sein können in meinen Augen. Aber... Liegt nicht in unserem Bemessen. Von daher... Dann... Haben wir eine neue Tarnung. Nämlich Mechamuster. Ah ja... Was hat das mit Mech zu tun? Gut, die Lichter... Ja... So sieht natürlich wieder nice aus. Die Pistole sieht auch immer einiges nice aus. Boah... Das ist ja... Das ist okay. Also die Tarnung kann man eigentlich schon gebrauchen. Aber hat halt irgendwie so ein bisschen was weihnachtliches meine ich. Ein bisschen zu weihnachtlich. So... Dann einmal Einklang. Dagegen grüße ich schon mal den raus, der es mir geschenkt hat. So... Dann... Ihr wisst ja was dann heute noch kommt. Aber erst wenn ich zu Hause bin. Nämlich... Schrittwechsel. Das ist auch so ganz tiefenentspannte Musik. Oh ja... Und dann... Voll ablachen. Das ist die höchste Strafe wenn du getötet wirst. Ohne Quatsch... Voll ablachen ist echt so fies finde ich. Und wer muss automatisch mitlachen? So... Und ihr wisst ja... Wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator Code benutzen. Nämlich das war es jetzt schon wieder mit dem normalen Job. Wir gehen schnell rüber zu Rette die Welt. Gucken mal was da passiert ist. Da muss ich aber leider wieder heute schon wieder sagen. Es gibt leider wieder keine V-Bucks. Ich weiß nicht was da los ist. Können wir nicht einfach wenigstens eine V-Bucks Aufgabe am Tag so als feste Zahl haben. Wo du sagst... Ja... Ich muss auf jeden Fall in Rette die Welt eine V-Bucks Mission machen. Und dann gucken wir weiter. Aber nein... Also hätten wir dann die Tagesmission. Und eine normale Mission. Aber nein... Immer die Gier... Man könnte was kriegen. Und dann kommt nämlich doch nichts. So... Ich krieg erstmal 150 Schwie-Bucks. Man kennt das. Ich krieg immer noch über einen Monat Belohnung. Wei, wei, wei. So... 150 Schwie-Bucks kommen mit. Auftragsbestätigung. Was haben wir hier? Tägliche Landaufklärung. Ja... Das braucht ja kein Mensch. Zack... Bauernradar-Turm. Na schön... Darf man heute wieder vier Türme bauen. Juhu... Also ich glaub hier mit dem Spiel schon mal kein Rette die Welt heute. So... Wie gesagt... V-Bucks Aufgaben gibt es leider keine. Dafür ein Upgrade-Lama. Ja... Aber... Das kann man dann mal getrost sein lassen. Und ein Dreifach-Lama. Warum Dreifach-Lama? Genau... Wir kriegen dreimal Tickets. Also mal wieder nichts Besonderes. Dann hier im Shop. Hat sich ja auch noch nichts getan. Hier tut sich morgen erst was. Hier erst wenn die Season beendet ist. Beziehungsweise die neue da ist. Hier kann ich leider auch nichts machen. Ich grad mal das eine Lama aufmachen. So... Ja... Jetzt noch Gold. Und? Oh... Es tut mir jetzt schon leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Und egal was da jetzt kommt. Und? Ja... Boah... Ja... Zack... Komm... Mach weiter. Jetzt will ich schon wieder auswählen. Wir haben noch keine Zeit. Nein! Drei Überlebende. Also... Grüße gehen raus und Schleuder-Öffe. So... Damit würde ich sagen... Mit dem Knaller war's das dann erstmal für heute. Wie gesagt... Euch einen schönen Tag. Vergesst nicht ein Like da zu lassen. Und in dem Sinne... Haut rein!